Mein Name ist Stefan Schäfer. Ich bin ein Fotograf aus Berlin und habe mich auf Landschafts-, City- und People-Fotografie spezialisiert. Ich liebe es, auf Berge und durch Gebirge zu klettern, auf Hochhäusern den Sonnenuntergang zu genießen und unvergleichliche Naturschauspiele zu beobachten. Diese magischen Momente halte ich auf meiner Kamera für die Ewigkeit fest. Oft verweile ich mehrere Stunden an einem Ort, um das perfekte Licht für zwei Minuten einzufangen. Aus diesen besonderen Momenten entstehen besondere Fotos, welche den Betrachter für einen kurzen Moment in eine andere Welt eintauchen lassen. Begleitet mich nun nochmal auf die Reise durch das Jahr 2014, wo ich in Berlin, Dubai, die Sächsische Schweiz und den Alpen Fotos gemacht habe und sie euch nun nochmal hier zeigen möchte. Ich fotografiere am liebsten Städte bei Nacht, wenn sie sich mit ihren hell erleuchteten Gebäuden und Straßen unter dem blauen Himmel zeigen. Neben meinen Berlin Fotos, die ich über das ganze Jahr anfertige, bin ich im März nach Dubai gereist, um eine der schönsten, modernsten Städte der Welt festzuhalten. Die vielen Hochhäuser ragen hunderte Meter weit in den Himmel und spiegeln die Lichter in ihren gläsernen Fassaden. ativa сем 실제로 Seite CD 15 19 16 16 19 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 2014 war ein großartiges Jahr, aber 2015 wird noch besser. Ich habe schon sehr viele Pläne, die ich bald umsetzen möchte. Ich möchte auf die Lofoten reisen, um dort unglaubliche Naturschauspiele zu fotografieren. Ich werde Paris bereisen, um dort die unglaublich schöne Architektur auf Bildern festzuhalten. Und ich möchte nochmal nach Dubai fahren, um dort weiter diese schöne Stadt zu fotografieren, die sich unglaublich schnell wandelt und jedes Jahr in einem neuen Licht gezeigt wird. Ich hoffe, dass ihr mich auf meinem weiteren Weg begleiten werdet und möchte mich an dieser Stelle für die unglaubliche Unterstützung in den letzten zwei Jahren bedanken. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020